So, hier ist der zweite Teil. Du magst keine guten Eier mit Schinken? Ich mag sie nicht, zähl mich bin. Könntest du, würdest du mit einer Ziege? Ich würde nicht, könnte nicht mit einer Ziege. Würdest du, könntest du in einem Boot? Ich könnte nicht, würde nicht in einem Boot. Ich werde sie nicht, ich werde sie nicht mit einer Ziege essen. Ich werde sie nicht im Regen essen. Ich werde sie nicht in einem Zug essen. Nicht im Dunkeln, nicht auf einem Baum, nicht in einem Auto. Lass mich zufrieden. Ich mag sie nicht in einer Kiste. Ich mag sie nicht mit einem Fuchs. Ich mag sie nicht im Haus essen. Ich mag sie nicht mit einer Maus. Ich mag sie weder hier noch dort. Ich mag sie einfach nirgendwo. Oh, ich mag keine grünen Eier mit Schinken. Ich mag sie nicht, zähl mich bin. Du magst sie nicht, das sagst du so. Versuch sie, versuch sie. Und vielleicht magst du sie ja. Versuchst du, versuch sie. Und vielleicht magst du sie. Sam, würdest du mich zufrieden lassen, wenn ich sie nur versuchen würde? Du wirst schon sehen. Ob er die jetzt isst? Und alle gucken zu, wie er die jetzt isst. Da, guck mal. Der freut sich ja. Na, sag mal. Ich mag grüne Eier mit Schinken. Ich mag sie, zähl mich bin. Ich würde sie in einem Boot essen. Ich würde sie mit einer Ziege essen. Ich würde sie im Regen essen. Im Dunkeln. Und im Zug. Und im Auto. Und auf einem Baum. Sie sind so gut, so gut. Weißt du? Ich würde sie in einer Kiste essen. Und ich würde sie mit einem Fuchs essen. Und ich würde sie im Haus essen. Und ich würde sie mit einer Maus essen. Und ich würde sie hier und dort essen. Sag mal. Ich würde sie überall essen. Oh, ich mag grüne Eier mit Schinken. Danke. Danke, Sam. Ich bin. Grüne Eier mit Schinken. Von Dr. Süß. Von Dr. Süß.